Miley Cyrus spricht sehr offen über ihre zerrüttete Familie Miley Cyrus, 31, gibt in einem neuen Interview tiefe Einblicke in ihre komplizierte Familienstruktur und packt dabei das eine oder andere Detail über ihre berühmten Eltern aus. Im Gespräch mit David Letterman, 77, für seine Netflix-Serie »My Next Guest Needs No Introduction« enthüllt die Sängerin Details über ihre Kindheit, ihren Aufstieg zum Ruhm und ihre Beziehung zu ihren Eltern Billy Ray, 62, und Tish Cyrus, 57. Besonders offen sprach die Sängerin über die kürzliche Scheidung ihrer Eltern und die daraus resultierenden familiären Spannungen. Im Interview gibt Miley zu, dass sie viel Liebe für ihren Vater empfindet, aber ihre Mutter Tish ihr persönlicher Held sei. Während der 62-Jährige in der Countrymusikszene Berühmtheit erlangte, war es vor allem Tish, die die Flowers-Interpretin aufzog und formte. Miley nimmt in dem Interview ihren Vater aber auch ein wenig in Schutz, da dieser eine schwierige Vergangenheit hatte. »Mein Vater hatte eine wirklich harte Kindheit. Und meine Kindheit, ich meine, wir können über die harten Zeiten oder die Kämpfe sprechen, aber ich hatte Essen, ich hatte Liebe, ich wuchs in einem schönen großen Haus auf und mein Vater hatte das nicht«, erzählt sie offen. Für viele Fans dürfte Miley's Beichte, dass sie vor allem ihre Mutter als Heldin sieht, überraschend kommen. Immerhin wirkten die Musikerin und ihr Vater vor allem zu der Hannah-Montaner-Zeit wie ein eingespieltes Team. In der Serie spielte Billy Ray nämlich ebenfalls ihren Vater. Zusammen nahmen die beiden auch Songs auf, doch mit der Hochzeit des Countrystars und seiner neuen Partnerin Fiererose riss dieses Band. 2022 brach Miley sogar ganz den Kontakt zu ihrem Papa ab. Ein Insider meinte damals gegenüber Radar Online, Miley war bereits schockiert und erschüttert, dass Billy Ray und Fiererose etwas miteinander haben. und schockiert mit den Kastor und schockiert, Ich bin hier mit der Jurischen Peter bis zum Beispiel geflüssig. Und das ist ein Kastor und Schlagg.